Schau Miraculous Ladybug im Disney Channel. Mein Name ist André, André Glacier. Magisches Eis, das gibt's nur hier. Sucht ihr nach Liebe, ja dann kommt zu mir. Marinette und Cat Noir, was macht ihr denn hier? Wir sind natürlich hier, um Eis zu essen. Es sei denn, du verkaufst jetzt Hot Dogs. Der war wirklich gut, Cat Noir. Aber ich mach Eiscreme für Liebespärchen und nicht für Scherzkeks und gute Freunde. Guck doch, wen siehst du da neben Jean und Serge? Ladybug und Cat Noir. Ihre Geschmacksrichtungen sind Klassiker. Liebe ist nichts, worüber man Scherze macht. Du, Cat Noir, bist in Ladybug verliebt. Und du, Marinette, bist doch eigentlich schon sehr lange in Adrien Agrest verliebt. Äh, nein. Schon gut, André. Wir wollen gar kein Eis mehr. Du warst in Adrien Agrest verliebt? Ja, aber ich habe mich dadurch ganz furchtbar verhalten. Ich hab es nicht mehr ertragen. Was ist mit dir? Du bist nicht mehr in Ladybug verliebt? Nein, ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich hab mich dadurch ganz furchtbar verhalten. Wenigstens hast du noch deine Fans. Vielleicht wären sie keine Fans, wenn sie wüssten, wer sich wirklich hinter der Maske verbirgt. Mir gefällt die Maske. Egal, wer dahinter steckt. Du bist echt ein Fan? Ein super, super Fan. Ein Fan, der... bereit ist, das zu tun. Oh, das. Ja, sogar das. Und was ist damit? Warte, was tun wir denn? Das ist zu seltsam. Wir... Ich meine, ich bin so ein Idiot. Nein, das bist du nicht. Du bist toll. Nein, ich weiß, wer du bist. Aber du weißt nicht, wer ich bin. Und ich nutze aus, dass du ein Fan bist, indem ich dich küsse. Nein, tust du nicht. Oh, doch. Und das ist falsch. Ich habe es sowas von satt, dass andere Leute entscheiden, was gut für mich ist. Ich bringe dich nach Hause. Schluss. Es reicht mir jetzt. Wieso darf ich nicht glücklich sein? Wieso darf ich nicht lieben, wen auch immer ich lieben will? Darfst du. Aber ich nicht. Nicht so. Ein empfindsamer Fan, der von seinem Idol zurückgewiesen wird und in seinem Stolz verletzt ist? Mein Megakuma hat eine Verabredung, die er sich auf keinen Fall entgehen lässt. Kalki, deine Kraft gehört jetzt mir. Voyage, mein Megakuma. Dieses zurückgewiesene Herz soll den Tango der gescheiterten Romanzen tanzen. Jungen? ARD Text im Auftrag von Funk